kennst du das auch heute morgen sagst du so frisch aus und im laufe des tages siehst du dann so aus also ich kenne das immer wieder und eigentlich sehe ich noch schlimmer aus ich sehe richtig schlimm aus ja hier so sehe ich eigentlich aus jetzt wir haben nach halb neun sieht euch das an so hier die antenne zum thema neue haare und heute morgen sah ich so aus richtig frisch und jetzt sehe ich so aus was ist der grund und zum thema beauty darauf hin zurückzukommen also ich habe eine lebensmittelallergie bekommen und es wird noch schlimmer ich habe sachen gegessen die ich nicht essen darf ich sah öfters so aus in der vergangenheit ich kannte allerdings nicht allerdings nicht den grund mittlerweile kenne ich den grund aber egal zum thema beauty und schönheit das allerwichtigste ist selbstliebe selbstliebe und die innere schönheit zählt ich weiß man wird das immer wieder aber es ist nun mal die wahrheit wenn du dich selber schön findest und also mit den werten mit dem werten was man im leben hat strahlt man das auch aus ich habe ich sage immer mut zur hässlichkeit ich gehe auch so raus ich filter mich nicht und ich bearbeite auch meine bilder nicht das einzige was ich mache dass ich die ein bisschen heller mache und wenn das bild zu dunkel geworden ist ansonsten mache ich nicht ich gehe auch so raus ich mache so meine videos mir ist das scheißegal zu dem thema selbstliebe ganz ganz wichtig liebt euch selber nicht zu viel filtern nicht zu viel bearbeiten und seid einfach echt echt kein mensch ist perfekt und das ist auch gut so wir sind keine roboter wir sind keine puppen das macht uns ja menschlich und liebenswert finde ich wie seht ihr das denn auf jeden fall werde ich laufe der tage noch ein paar videos machen wo die allergie noch krasser sein wird aber es ist ja schon ja in diesem sinne selbstliebe und ich sage immer man muss mit dem arbeiten was man hat und es ist gut so und wir sind schön und alles liebe alles gute gute nacht bis dann